Moin Leute und willkommen zu eigentlich meinem neuen Projekt Minigraft Christmas, Leute, aber leider ist mir ein Fehler passiert, Leute. Ich weiß, ihr habt vielleicht schon gestern eine Folge erwartet. Ich habe aber auch gestern eine Zeit gehabt, deshalb habe ich es erst gestern aufgenommen und dabei ist mir was doofes passiert. Und zwar ist mir die Aufnahme einfach abgeschmiert, als ich es gemerkt habe, Leute, als ich die erste Folge futscht. Deshalb, Leute, seht ihr jetzt hier, zeigen, was ich bis jetzt geschafft habe. Es ist nicht viel, also ich habe ein bisschen Kisten gebootet gefunden, habe hier mit zusammengebaut, bin ich gerade dabei hier, das jetzt alles fertig zu machen, weil ihr wisst hier, den Großprojekt. Und zwar wollte ich ja hier mir diese Ziegel machen und dann jemals das Haus zu bauen. Ich habe auf jeden Fall noch viel zu tun, um das Haus fertig zu kriegen. Deshalb, Leute, würde ich sagen, unsere Aufgabe in diesem Video war jetzt, dass ich ein bisschen sage, was bis jetzt nicht so passiert ist. Und zwar müssen wir dann auch noch ein bisschen Clay fahren. Also wir haben auf jeden Fall noch was zu tun. Hier haben wir noch fünf drin, nichts mehr drin, hier auch nichts. So, also haben wir hier noch ein bisschen was, Leute. Also, ich sage, legen wir jetzt auf jeden Fall los. Alles bis jetzt, können wir ja mal theoretisch noch ein bisschen Holz fahren gehen. Einmal schon ein bisschen was, Leute, Leute. Also, das heißt, jeder kann theoretisch jederzeit auf dem Zuhör drauf sein, das läuft die ganze Zeit weiter. Das heißt, wenn jetzt seitdem derjenige wird, zuvor natürlich was machen. Bisher sieht auch hier eigentlich hier schon, ich würde hier oben bauen, das ist dann aber gelassen. Da habe ich dann halt hier mein Feld angepflanzt. Und weil ich so schlau bin, mache ich es immer kaputt, wenn ich komme. Das Auto-Jump jetzt hier an. So, sollte es besser sein. Und, sozusagen, will ich hier mein ganzes Zeug machen. Also hier wird sozusagen mein Feld jetzt werden. Und, Leute, was ich auf jeden Fall machen will, ist jetzt ein bisschen euch noch erklären, was überhaupt dieses Projekt geht. Also, es wird, wie schon gesagt, ein Gemeinschaftsprojekt werden. Ihr dafür aufnehmen, wer eine will. Und, es ist ganz wichtig auf jeden Fall, dass hier so viel rausgeschnitten werden kann, wie man will. Man kann auch, weil ich es ja auch falsch gemacht habe, darf man auch vorproduzieren. Das heißt, man darf schon an einem Tag drei, vier Folgen aufnehmen. Aber der Sinn des Projektes ist eigentlich, dass ganz am Ende, das sozusagen wie Weihnachten wird. Also, jeder muss am Ende jemandem sozusagen was schenken. Es wird sogar, wenn man überlegt, Silvester mit drin vorkommen. Also, ein bisschen Roleplay vielleicht, aber eher weniger. Das heißt, Leute, natürlich auch euch ein bisschen Ballon halten. Und wir natürlich auch ein paar Sachen machen, wie Kämpfe oder so. Alles, was spannend ist, wird auf jeden Fall drin vorkommen. Und, ganz wichtig war uns auf jeden Fall, dass das Projekt, also mit bestimmten Regeln, das heißt zum Beispiel, wollen wir eigentlich, dass niemand klaut. Wir können das natürlich nicht komplett immer alles, sagen wir mal, so festhalten und gucken, ob wirklich niemand was klaut. Aber wir hoffen einfach mal, dass alle so ehrlich sind und nicht klauen. Gerade bei Ironics hoffe ich mal, dass er das macht. Bei Simogic Pro bin ich eigentlich sicher, dass er weniger machen wird. Aber wir haben es auf jeden Fall bis jetzt gemacht, dass Klauen verboten ist. Trollen ist allerdings... Weil wir wissen, wir wollten es eigentlich erlauben, aber wir waren es auf jeden Fall nicht ganz sicher, weil es ja sein kann, dass dann jemand anfängt, die ganze Zeit zu trollen, Leute. Das ist natürlich nicht fair. Man kann mal gerne einen kleinen Troll rauslassen, aber es soll noch für denjenigen zu verkraften sein, sagen wir es mal so. Und ich fahre mit so schnell ein bisschen was, Leute, und dann sehen wir uns auch clever im Haus wieder. So, ich würde uns noch ganz schnell ein bisschen weitermachen, ein bisschen noch was anpflanzen. Oh, ein bisschen Fleisch noch, weil ich habe immer Angst, dass wenn ich dann irgendwann nichts mehr habe, dass ich dann zu faul bin zu farmen, deshalb will ich erst gar nicht darauf kommen. Und ich muss mich noch an dieses Kampfsystem gewöhnen, weil ich ja gewöhnt bin von 1.8, wenn ich so oft draufschlagen kann, aber hier macht es dir dann irgendwann keinen Schaden mehr. Aber ich würde sagen, es ist, also ich finde es ja doof, ich finde es ist ja eine Gewöhnungssache. Und ich wollte einfach mal mit der 1.13 noch ein besseres Blick machen als Aquatik natürlich, sagen wir es mal so. Und es wird jetzt jeden Tag wieder kommen, das heißt heute, Leute, ist ja Samstag, und da werden zwei Videos kommen, und ich habe Wolle. Ja. Cool. Was auch immer war es, mir ist egal. So, hier war gerade eine Kuh, die Hummers natürlich noch schnell. Und also die anderen haben auf jeden Fall schon viel offline gespielt, wie ich gesehen habe. Ich hoffe, sie werden auf jeden Fall noch was aufnehmen, aber bei denen bin ich mir ganz sicher, wann es online kommt. Also ich hoffe, ich werde es sehr oft hochladen. Also ich werde es auf jeden Fall probieren. Das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, Leute, also falls mal ein Video nicht kommt, bitte seid nicht gleich sauer, Leute. Weil ich halt auch noch schulisch Sachen machen muss, oder? Das Video würde so nicht ganz so lange gehen, ich würde probieren, einfach nur ein bisschen weiter zu machen, um euch das zu erklären. Weil übrigens war meine Kiste hier oben irgendwo, ich habe das voll, ich habe ja schon ein bisschen platt gemacht, weil ich wollte eigentlich hier bauen. Aber ich baue vielleicht hier oben mal meinen, ich nenne es jetzt mal Außenposten. So. Natürlich hier dann auch noch auffallen. Ach, immer diese ganzen Bäume hier. Somit so was, ich hoffe mal nicht. Doch, hier ist ja noch was drin. Oh Mist. Das regelt halt immer noch. Ja, es ist weg. Und jetzt sieht ihr kurz, wie ich mein Haus fertig baue. Ja. Ja. Das ist weg. Oh. 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 G altert Also ist es gut Also ist es gut Sie hat sich schon die Geschichte schon in den einfachen Ich habe eine sehr gute Kline ... und das ist so gut ... und ich auch schon ... was es so gut Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Lange bist du denn? Hey, mach diese Leute. Was ist denn? Ich weiß nicht. Ah, da ist ja noch ein Mann. Okay. Ja. Das ist schon. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.